jo was geht da meine lieben freunde herzlich kommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr wahrscheinlich aus dem titel nehmen konntet werden wir heute in dem baby icon spc machen aber bevor wir das pack aufmachen ich zeige euch mal wieder hier ein paar verkäufe nichts eigentlich nichts besonderes sané habe ich gekauft um noch mehr once to watch spieler zu kaufen ich habe jetzt ungefähr 16 stück kann ich euch gleich noch mal zeigen ansonsten sind viele 83 über teuer weg gegangen und gestern im stream das war auch sehr sehr nice hat ein abonnenten geschrieben dadurch dass alexandrini jetzt in der liegen spc auch zur auswahl steht die ganzen mls spieler krass gestiegen sind also geht da noch mal ein paar spieler durch ihr seht 3000 münzen 2000 müssen 5000 münzen also sind einige spieler die gut gestiegen sind habe ich paar sachen noch mal verkauft das krass ist erinnert ihr euch noch einen hohen mata chemisee karte zweimal gekauft für 7 3 und 7 5 ist jetzt auch für 14.000 hochgeschickt also verdoppelt auch es hätte noch ein ibra gehabt alle 84er 85er 86er bis 90er hoch sind momentan total übertrieben ja hoch vom preis her als die normalerweise sind zum beispiel einen ibraischen verein gehabt der geht normalerweise für 8 9.000 10.000 wenn überhaupt und er geht jetzt für 18.000 durch die ganzen spcs die rauskamen hier sind noch mehr mls spieler die ich verkauft habe also geht das auf jeden fall mal durch besonders die silber die bronze spieler gehen anscheinend für gute münzen ich muss mal gucken also freunde selke ja könnte auch sagen ja okay die sind vielleicht die inform ist nicht aber die ganzen 84 plus ja besonders 84 bis 88 sind besonders teuer die infos man muss mal schauen wie ich die noch verkaufe ich habe noch in ein paar infos investiert inui zum beispiel bisschen teuer aber ich habe die gekauft weil ich ein zum beispiel für 12.000 bekommen habe wenn wir jetzt auf den markt gucken ich weiß nicht nur wie momentan die wert sind aber ich glaube sie sind auch wieder ein bisschen gestiegen war warum sie so teuer ist ein liegt draußen kann sein dass ein liegt draußen doch nicht ich dachte schon also ihr seht ja schon ein bisschen gestiegen wahrscheinlich sogar thielemann ist auf jeden fall gestiegen auch hier seht ihr die preise habe ich vorgessen gekauft für 13 14.000 und babel den habe ich ein bisschen teurer gekauft weil ich den hier für 9.800 bekommen habe snipe des jahrhunderts und der ist auch wie ihr seht die meisten sind schon bei 17 18 19 20.000 und ich habe wieder noch mal 8 im verein habe ich euch schon mal gezeigt also insgesamt 16 okw sie ich so verkaufen habe plus meine 83 plus meine infos kommt die theorie was ich wahrscheinlich die tage ein extra stream machen werde oder heute abend bin ich für chemisch spiele und ich habe noch zeit welches immer nebenbei machen und zwar habe ich wahrscheinlich jetzt im stream so 678 stück geöffnet und nach dem stream noch mal 678 geöffnet also ungefähr 15 stück ja und ich hatte unglaubliches packlack gehabt aus diesen upgrade packs ich habe ein bonucci gezogen der 30.000 wert ist ein otamendi der 30.000 wert ist ein miliko wissavic der 20.000 wert ist ein mares der 20.000 wert ist ein circle inform der 18.000 wert ist und 12 84er miss hochrechnen soll ich mir sagen ich habe 20 packs aufgemacht wovon ich eigentlich sicher bin dass ich das nicht gemacht habe 20 mal ungefähr 3000 münzen kostet dieser spc sind wir bei 60.000 münzen aber wenn wir das alles zusammenrechnen was wir eben bekommen haben sind wir bei über 100.000 münzen also man kann wahrscheinlich hier wieder einigermaßen gut basic icon upgrades machen was ich auch eben bei independence gesehen habe er hat auch die hier ein bisschen gespammt und er hat die echt krass erfolgreich gespammt die kostet 10.000 pro spc oder vielleicht 8 9.000 wenn man geduldig ist aber er hat krasse sachen gezogen der real loris specialkarte das das kann sich lohnen ich sag euch gleich warum ich habe hier nochmal vier packs vorbereitet die können wir gleich vor den icon pack aufmachen warum könnte sich das lohnen weil einfach wie schon gesagt die 84er momentan jedes 7.000 hoch geht das heißt je nachdem wie du suchst ja kriminex ist zum beispiel habe ich gestern auch im stream mit euch gesehen 12.000 85er sind bei 18 plus 1000 hoch ja 18 19 20 21.000 86er sind bei 27 28.000 hoch also zum beispiel aus diesen packs du musst ja theoretisch nur einmal ein 85 oder 86 aus 10 packs bekommen und du bist im plus dasselbe gilt ja hier du musst ja nur einmal was krasses ziehen und du bist im plus und wir testen das gleich aus mit drei packs je nachdem was wir vielleicht da ziehen werde ich noch mehr von ihnen spammt und dann geben wir so ein baby icon spc 84er rating ich habe fast nichts bezahlt fast alles aus dem verein wie ich schon gesagt manulas habe ich glaube ich aus ein virus belohnt irgendwo habe ich den noch untauschbar her schmeichel aus den 81 bis 86 upgrade packs ziriko werde ich abgeben den hier werde ich abgeben werde ich eh nie spielen ja zulemani gute werte aber unmöglichen zu verlinken in mir im kobe ist wie gesagt aus dem spc pack gezogen selkel gestern mit dem live stream aus diesem pack gezogen und die sind auch alle also 83 habe ich nicht mal mit einberechnet auch diesen ungefähr 2000 münzen wert nicht mit einberechnet habe ich auch gezogen und wenn sie mal habe ich gezogen als aber tauschbar glaube wie ihr seht bisschen teuer jetzt momentan die 84er 8.000 ungefähr werden aber trotzdem mit abgeben und musste die zwei noch kaufen ja ich glaube diesen ist nicht so teuer 45 ok und er ist halt 2200 münzen wert dann gehen wir die erste spc ab ich bin echt gespannt was wir vielleicht gleich ziehen können so von dann würde ich sagen gehen wir weiter zur 85er spc auch hier müssen wir gleich noch was holen ja den bachuai ja denkt ihr woher den bachuai holen genau den holen wir aus dem tauschstil vier stück müssen wir abgeben ich habe elf stück momentan ich muss mal überlegen ja was ich mit dem rest mache ob ich hier den juan rezos hole der sehr sehr geil aussieht für sechs weitere von tauschspieler oder ja spare für ja so ein selbes mega pack könnt ihr eigentlich auch holen oder eins von den beiden aber wahrscheinlich macht juan rezos am meisten sind aber was auch sinn macht ist einfach diesen bachuai für vier tauschspieler mitnehmen weil das spart ihr euch glaube ich 25.000 minimum 20.000 spart ihr euch da den kann ich jetzt hier abgeben absolut perfekt kommt sogar noch hier als workout raus hier eine kleine animation für uns müssen wir eigentlich angucken oder ja komm es gibt mir einfach wir gucken lieber gleich unser baby icon workout an und damit ja haben wir auch hier das ist eigentlich ganz ganz günstig gelöst ähm baby icon upgrade oder basic wie es hier heißt ähm heaton ja brauche ich nicht ab maris wie gesagt gezogen otamendi im allerersten pack im stream gezogen bonucci wie gesagt gezogen mal das musste ich eben kaufen habe ich gar nicht gepeilt habe den im ersten in der ersten spc abgegeben deswegen muss ich hier gerade noch mal für 17.000 münzen kaufen kam es werde ich nie gebrauchen und abgeben die zwei sind günstig 83er karasma tut mir ein bisschen weh aber ich werde ihn eh nie spielen und ich spare mir dadurch auch irgendwie 28.000 münzen von und wenn ich nicht mehr spielen werde dann hole ich ihn einfach als irgendwann irgendwann wieder zurück den habe ich mir halt eben durch die vertauschdeals reingeholt und karasko ist sehr sehr günstig und damit haben wir die zweite spc auch abgeschlossen ja 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 so dann kommen wir schon so 86er spc und die habe ich eigentlich meiner meinte auch sehr sehr günstig abgeschlossen howard ja haben wir ja damals gemacht den werde ich nie spielen den können wir abgeben ich weiß nicht haben wir für 30.000 gemacht wir hatten aber noch untauschbar gehabt und der ist hat einen wert jetzt wahrscheinlich von 50.000 wie ich schon gesagt habe die ganzen spiele sind ja hochgegangen Orbán habe ich mir damals ja mal mitgeholt für 23.000 das glaube ich jetzt 30.000 wird oder über 30.000 muss ich aber hier leider wegen der chemie abgeben Hummels muss ich mir holen für 60.000 münzen aber sonst der Rest wie ihr guckt Peres ich werde ich eh nie spielen den habe ich immer im squad äh battle benutzt sonst war es das eigentlich der hat mir nicht so gut gefallen er ist untauschbar und dann muss ich leider noch Shicharito abgeben aber er hat mir auch nicht so gut gefallen dreistach dreistach der wird eh nie wieder für mich spielen von daher kann man den auch abgeben und so kriegen wir eine baby icon für wirklich sehr sehr cheap sehr sehr cheap also durch das craften habe ich wahrscheinlich schon 60.000 70.000 80.000 münzen gespart und dann noch ja die ganzen anderen untauschbaren spieler ich werde wie gesagt heute abend noch mal beim stream der letzten full channel spiele noch mal hier bisschen diese pack spam da kommt wahrscheinlich auch noch eine neue liga dazu und vielleicht ja am montag dienstag oder mittwoch noch mal einen stream einfach raushalten wo ich das einfach nur den ganzen tag mache und gucke wie viel können wir da rausholen und vielleicht können wir noch mal eine baby icon spc machen einfach so wie ich dafür am ende des tages 200.000 nur zahle ganz ehrlich gerne mache ich es nochmal und dann würde ich sagen haben wir noch mal ein paar packs am start ich denke wir machen erstmal die billigen hier aus hier zu players pack einer gold einer selten da wird jetzt eigentlich zu 99% nix krasses kommen ja wie schon gesagt nächstes 2 players pack wahrscheinlich auch nichts aber vielleicht kommt eine leinwand da würde ich mich eigentlich schon drüber freuen auch hier ziehen wir jetzt nichts krasses es ist aber immerhin ein spieler von der premier league den können wir wieder in diese premier league spc abgeben ich würde auf jeden fall auch die spieler also die seltenen spieler von den großen ligen behalten weil dann könnt ihr genau diese upgrade packs machen ja spanische liga bundesliga bramley kam ja schon französische liga die möchte ich mir auf jeden fall aufbewahren und nicht discarten oder so dann könnt ihr die auch noch ein bisschen sparen wenn ihr das machen wollt wenn ihr nicht das machen wollt dann müsst ihr natürlich diese spieler nicht aufbewahren dann haben wir noch paar interessante packs am stahl einmal so ein 81 bis 86 rating pack wie gesagt bis jetzt haben die gut auch ausgegeben solange so eine leinwand kommt ist es eigentlich schon fast plus brasilien rf mal mehr kommt 83er der ist auch 2.000 noch was wäre 2.200 oder so ist in ordnung holt man fast wieder die kosten rein und dann haben wir jetzt noch die packs die 10.000 münzen kosten oder 8,9 wenn man geduldig ist bei nepenthes haben die echt krass rausgegeben ich bin echt gespannt ob bei mir vielleicht was kommt solange zum beispiel 84er kommt hast du eigentlich schon keinen schlechten deal gemacht beim 83er ist es eher schlecht weil die kosten je nachdem ja was für eine position und dies das nur 1.000 bis 2.000 also das war jetzt zum beispiel jetzt nicht so ein gutes pack aber wir haben ja noch zwei das war jetzt zum beispiel ein pack wo man sagen kann ey 8.000 münzen minus man muss aber auch sagen nepenthes sein account ist echt krank vom pack lackern kepper ist schon mal nicht schlecht da machen wir am ende des tages wahrscheinlich plus minus null oder bisschen verlust nur weil der ist glaube ich zum beispiel das ist ein pack wo wir plus machen wir machen hier plus wenn wir 8.000 bezahlt haben der kostet 9.000 nur ein johann matter kostet 2 irgendwas oder 3.000 das war zum beispiel kein schlechtes pack ja und wenn wir vielleicht hier noch was gutes ziehen leider kein walkout aber vielleicht nochmal ein 84er 85er dann war es gar nicht so schlecht und so ein pack ist natürlich dann direkt 9.000 8.000 münzen minus das kann natürlich auch passieren dann würde ich sagen genug geschnackt freunde jetzt sind wir da angekommen weswegen ihr wahrscheinlich alle angeschaut habt baby icon pack also ich wenn ich einen spieler aussuchen kann dann wäre es wahrscheinlich Eusebio wäre einfach perfekt würde mich natürlich über einen R9 einen Cruyff einen Del Piero freuen mal schauen ich lasse mich überraschen ich hoffe er kommt einfach irgendeiner den ich vielleicht einbauen kann für Nakata ja den ich dann ein bisschen austesten kann aber komm ich mach es auf mal schauen ob wir eines der krassen Icons ziehen können oieieieieiei ich bin echt gespannt ich bin echt gespannt Argentinien ich dachte Maradona vielleicht es ist Veron ist er gut Freunde ist Veron gut ich dachte im Moment Maradona Maradona wäre auch keine schlechte Icon gewesen wir ziehen Veron ich bin ehrlich gesagt nicht sicher ob das eine gute Icon ist die Stats sehen ja ok aus sag ich mal ok aber eigentlich ist er glaube ich nicht nicht so gut wie viel ist er denn auf dem Mark wert ja er ist einer der Abstoß Icons auf jeden Fall 400.000 ist auf jeden Fall nicht gut also haben wir hier wirklich Pech gehabt mit dem ersten Icon Pack schade ich schreibt mir gerne in den Kommentarbereich was ihr gezogen habt ich habe schon den Stream gestern von vielen gelesen dem Eusebio gezogen R9 mal gucken vielleicht können wir uns noch ein zweites Icon Pack hier durch diese SBCs ercraften oder zumindest es günstiger bekommen ja ich bin echt gespannt ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen Bronze Pack Methode spammen weil ich habe kaum Bronze Spieler mehr das brauchst du ja für diese ganzen SBCs Packs und dann würde ich sagen warst du von heute im Video ich denke gar nicht so uninteressant meine Theorie hier mit dem Craften ich denke das lohnt sich schon das jetzt mit dem Premier League war echt eher nicht so gut können wir aber auch noch mal ein Pack Experiment machen aber das hier glaube ich wenn ihr wirklich viele Bronzespiele habt im Verein und die Bronze Pack Methode damit kombiniert könnt ihr da echt ein bisschen diese Baby Icon SBC oder eines dieser anderen SBCs wie Guretzka, Rashford oder Lewis günstig machen und dann würde ich sagen was noch mal im Video lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns heute Abend wahrscheinlich beim Streaming wieder Ciao Bis zum nächsten Mal